Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau um 5 Uhr. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Untertitelung des ZDF, 2020